Einen wunderschönen guten Tag, willkommen in einer neuen Folge von Neba. Wir haben Neba verloren und wir werden den kleinen Burschen wieder suchen. Mal schauen, wie lange es geht, bis wir ihn wieder finden. Ah shit. Also ich kann so durch ausweichen. Ich kann in der Luft ausweichen, okay. Einfacher. Was ist das? Keine Ahnung. Aber es sieht schön aus. Zack. Okay, das ist gut. Man kann durch die Gegner und durch gegnerisches Äste die gegnerischen ausweichen. Guck mal, da ist Neba. Mal bauen. Mal bauen. Mal bauen. Mal bauen. Mal bauen. Ja, aber nach unten ist jetzt nicht unbedingt die Lösung, ne? Wir müssen nach oben gehen. Oh Gott. Okay. So ist gut. Ja, komm nur. Oh shit. Da komm. Kein Problem. Der da weg. Und wir haben freie Bahn. Ich hab da oben... Das ist auch unser Freund, aber... Komm ich denn da hoch? Ja, scheiße. Ja, der kommt nicht. Nee, ich komm da nicht hoch. Ich muss irgendeinen anderen Weg finden. Er ist auf jeden Fall sicher da oben. Komm mal. Fuck. Jetzt aber. Ja, jetzt ist das Zeug... Ja, aber noch nicht alles. Vielleicht ist hier hinten der Rest. Das ist korrekt. Äh... Okay. Geht doch. Nein, da oben ist ja noch eins. Bindingern. Komm ich denn... Am besten... Oh shit. Oh. Aha. Ich komm nicht hoch. Oder warte mal. Ja, obwohl ich hier aus... Ist kein Problem. Okay. Sehr gut. Jetzt können wir zu, Neba. Jetzt können wir zu, Neba. Er braucht jetzt wahrscheinlich eine Umarmung, ne? Sonst kommt der nicht mit. Ah, jetzt ist er wieder happy. Sehr gut. Komm mit. Komm ran, Junge. Frage ist, werden wir wieder verfolgt? Halt. Also, wahrscheinlich schon. Warte mal. Ne, das ist ja wieder komplett falsch, was ich hier mache. Falls ich so gut nach oben bin. Hier, so. Das sieht doch gut aus. Das da? Mach kaputt. Ja. Was ist das? Keine Ahnung. Ach du Heiliger. Okay. Äh. Ja. Fuck. Okay, einer weniger. Fuck, ey. Wir haben irgendeinen, äh, einen Erfolg freigeschaltet. Ich komm da nicht hin. Mal runter. Wir haben es. Wir haben es. Knapp, aber wir haben es. So ein bisschen HP regenerieren wäre jetzt noch eine, schöne Sache. Hier, so. Hier, so. Ja, ja, so ist doch gut. Wunderbar. HP sind wieder voll. Was? Was? Keine Ahnung. Wenn wir früher oder später sicher rausfinden, was es damit auf sich hat. Boah, heute wahrscheinlich noch nicht. Boah, heute wahrscheinlich noch nicht. Ja, komm. Wird denn jetzt hin? Gibt's ja nicht. Ist so ein Schisser. Was soll ein Wolf sein? Ein ängstlicher Wolf. Ja, perfekt. Okay. Gib mal alle weg da. Komm. Ja. Die Mörser-Typen da, die fressen wenigstens... Die brauchen wenigstens nicht so viele Treffer, bis sie erledigt sind. Ach, perfekt. Ja. Weg da. Einfach nicht treffen lassen, okay? Einfach nicht treffen lassen, okay? Ähm... Was ist passiert? Neva! Und Neva, wieder mal keine Spur, das Abgehauen der kleine Schisser... Perfekt. Das ist die Moral der Geschichte. Den die ganze Zeit finden. Oh, fuck. Nee, das geht nicht. Dann gehen wir halt hier durch. Irgendwas wird ja schon richtig sein, was ich hier mache, oder? Äh... Nein! Geht das nicht. Geiße. Na, jetzt... Na, jetzt... Oh, jetzt bin ich doch gestorben. Alter. Wie soll ich denn den Sprung da machen? Warte mal. Kann ich? Kann auch springen. daschen... Das ist dann die Lösung. Das ist dann die Lösung. Okay. Immer noch keine Spur von Neva. Da... Fahren wir hier nicht... Vorhin... Doch. Ja, da ist er doch. Ja, was machst du da? Oh. Rotem aktivieren. Dann werden wir doch noch heute rausfinden, was das ist. Oh. Das? Aha. Aha. Da können wir den Kollegen hier weg machen. Sehr gut. Dann wieder zurück mit... Okay. Cool. Cooler Mechanic. So, und du kommst jetzt mit, du kleiner Kleffer. Wieder alles Dunkelte. Ich glaube, jetzt kommt diese große Kreatur dann wieder, ne? Sehr, sehr gut möglich. Ja. Wir laufen einfach. Wir laufen doch einfach ein bisschen. Komm. Ja, da ist er doch. Ja, wusste ich's doch. Ich weiß doch, wie Games funktionieren. Da ist das Ding. Jetzt muss ich wahrscheinlich kämpfen. Ja. Was macht er? Okay. Okay. So eine HP-Anzeige von den Gegnern wäre eigentlich noch eine schöne Sache. Ach, scheiße. Äh, okay. Zweimal getroffen worden. Und dann? Okay. Und dann? Okay. Ja, aufpassen, ne? Ja, komm. wieder zwei treffer gefressen aber er hat doch gar nicht zugeschlagen warum sterbe ich dann und jetzt haue ich direkt ab damit ich da nicht getroffen werde danke so ist doch gut ja da wurde ich einmal getroffen ja warte jetzt muss ich doch mal weg gehen oder oh ja okay ich war genug weit weg das ist gut ja ein treffer muss sich fressen aber ich hin aber ich hin Okay, Neva kann ja doch was. Neva kann ja doch was. Sommer Teil 2 abgeschlossen. Das ist doch gut. Kapitel 2. Herbst. Und Neva ist größer geworden. Guck mal. Okay. Ja, dann machen wir das nächste Kapitel im nächsten Part. Sag ich danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.